Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Leider verläuft eine Scheidung vor allem, wenn Kinder da sind, nicht immer friktionsfrei und man benötigt juristischen Beistand. Rechtsanwältin Britta Reh findet mit großer Sensibilität, Erfahrung und fundiertem Fachwissen für alle Beteiligten in jeder Hinsicht eine zufriedenstellende Lösung. Die sympathische Juristin agiert bei jedem Mandat mit viel Herzblut und behält auch bei diffizilen Familiensituationen stets den Überblick. Dank ihrer einfühlsamen Mediatorenarbeit und unkonventionellen Art gelingt es ihr oft, bereits im Vorfeld wichtige Fragen zu regeln. Auch für Zivilrechtsbelange ist die Kanzlei eine Top-Adresse und kooperiert mit dem systemischen Coach und Hypnotherapeuten Mario Emmer. Rechtsanwältin Britta Reh in München. Ihre verantwortungsvolle Partnerin in Sachen Familienrecht.